Für die Entnahme von pastösen chemischen Substanzen benötigt der Probennehmer eine Flasche und einen Spatel. Die benötigten Materialien werden vom Helfer vorbereitet und dem Probennehmer angereicht. Die Paste wird mit dem Spatel aufgenommen und am inneren Rand der Flasche abgestreift. Es sollte möglichst sauber gearbeitet werden. Der Spatel wird abgelegt und die Flasche verschlossen. Die Flasche wird mit Papiertüchern von außen abgerieben und dabei an den Helfer übergeben. Ein Etikett wird mit Datum und der Probennummer versehen und auf die gesäuberte Flasche geklebt. Die Flasche wird mit Alufolie lichtdicht umwickelt. Der pH-Wert der Paste wird bestimmt. Dazu reicht der Helfer ein Stück pH-Papier mit der Pinzette an. Das pH-Papier wird mit destilliertem Wasser angefeuchtet und mit der Substanz in Kontakt gebracht. Die Farbe des pH-Papiers wird berührungslos mit der Farbskala auf der Packung abgeglichen. Eventuelle Tropfen können beim Arbeiten über dem Müllsack aufgefangen werden. Alle Daten werden auf dem Probenbegleitschein notiert. Nun wird die Temperatur der Probe bestimmt. Die Probe wird mit dem Probenbegleitschein in die Dikon-Verpackung gegeben. Die Luft wird ausgestrichen und der Beutel mit Hilfe der Klebelasche verschlossen. Die Probe ist nun bereit für den Transport zum Dekontaminationsplatz und das Tauchbad. Und dann werden die Aufsch righteesen bewankert. Vielen Dank.